Guten Morgen ihr Lieben, ich habe gerade Social Media Plug. Also wenn ich so eine E-Mail kriege, da steht Re, das heißt, das ist die Antwort auf das, was ich geschrieben habe und dann steht da irgendwas und ich bin dann verleitet, die aufzumachen. Oh, ich muss noch Ohrringe anziehen. Und ich habe da gar nicht hingeschrieben. Also da kriege ich Plug. Ich brauche das nicht, dass mich jemand darauf hinweist, dass da was ganz Wichtiges kommt. Und das entscheide ich. Ich habe Verantwortung über meine E-Mails. Ich brauche kein Re, für wo ich nie hingeschrieben habe. Macht das bloß nicht. Also so mein Tipp. Jedenfalls nicht bei mir. Habt einen schönen Tag und amüsiert euch gerne mit meiner Kraft-Tankstelle, mit dem Blog-Beitrag, den ich gestern geschrieben habe. Vielleicht ist das was für euch, damit ihr euch bewusst werdet, wie viel Kraft in euch wohnt, wegen dem, was ihr in der Vergangenheit erlebt habt. Das ist das Tool des Lebensstrahls, was bei mir hier auch im Coaching abläuft. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, ciao!